Den Grundstein zum 4-1-Sieg in Olten liegt Kloten in den ersten 19 Minuten. Am Mittwoch können die Flughafenstädter den Aufstieg klar machen. Vier Jahre nach dem bitteren Abstieg steht Kloten unmittelbar vor der Rückkehr ins Oberhaus der Liga. Dem Tomlinson-Team fehlt nach dem Break in Olten noch ein Sieg. Den Grundstein zum dritten Erfolg im vierten Final-Duell mit den Powermäusen legen die Gäste im Startdrittel. Knell-Welf, Figren und Marchand sorgen für eine komfortable 3-0-Führung. Olten kämpft verbissen, um die Starthypothek zu korrigieren, probiert's aus allen Lagen. Aber das Heim-Team tritt an diesem Ostermontag insgesamt zu ineffizient auf. Nur einer von 39 Schüssen auf den Kasten von Kloten-Guali-Wolf landet im Tor. Immerhin, Elsenas 1-4 ist das erste Gual des Eco in der Finalserie bei 5 gegen 5. Mehr als eine Randnotiz ist das allerdings nicht. Also, ich möchte den Kasten abiven, den Kasten beinh erreichen. Der Kasten durch pilots, die�flos in der Finalserie bei 5 gegen 5 gegen 6 gegen 30 Sekunden anb alltid rührt sich sehr, dass die Technische Stec gut als eine des Geistesfälle verabschiedigt werden. Vielen Dank.